Falken 1, der Einsatzzentrale antworten. Verstanden, Falken 1, antworten. Wie ist der Status? Status unverändert, noch kein Sichtkontakt mit dem Geiselnehmer. Over und out. 1 an der Wolf, Malbe. 1 an der Wolf, verstanden. 1 an der Wolf, in Position. 1 an der Wolf, in Position. Jetzt willst du noch sein, Polizist. Schau. Schau, Chance. In Position. In Position, in Position. Berlach, was soll das? Was machst du da? Du weisst genau, dass ich bei der Arbeit allein sein will. Ich habe noch meine Nerven mitgebracht. Ich habe ihm kürzlich erklärt, dass er bei einem Einsatz dabei sein dürfte. Keine Fahne. Es ist gar keine Regeln. Verstanden. Schuss fällt nicht frei. Over. Wer ist in der Einsatzleitung? Der Hans? Nein. Deine Schwester. Du solltest ja längstens an der Stelle sein, die dich vor fünf Jahren beworben haben. Hm. Du bist jetzt total durchbrot. Berlach, ziehe ihn weg. Und zwar sofort. 1 an der Wolf. Verstanden. Antworten. Wenn der Berlach bei Ihnen ist, schicken Sie ihn mal runter. Verstanden. Deine Frau ruft ständig an. Verstanden. Wir schicken den Berlach runter. Over. Ah, verdammt. Meine Halt. Ich weiss immer, wo ich zu finden bin. Ah ja. Berlach. Sagt dir nicht wenigstens, sie sollen mir endlich die Ablösung schicken. Und schau, dass die Tür... Wir sehen ja gar nichts. Wann kommt er endlich raus? Die Psychologen sind gerade im Wert. Dann schiessen sie, wenn er rauskommt. Dann sind sie schon verschossen. Schau, um das geht es nicht. Wir sind da als letzte Konsequenz. Normalerweise gehen die schon vorher auf. Sind Sie noch gar nie einen verschossen? Und angeschossen? Nicht mal in den Fuss oder so? Nein, auch nicht in den Fuss oder so. Ich weiss, ich weiss. Sie sollen sich vibrieren, okay? Hallo? Ja, Mann. Du glaubst nicht, wo ich gerade bin? Bei einem Scharfschützen-Einsatz. Was glaubst du nicht? Ich schwöre. Warte, schnell. Was? Siehst du? Jetzt glaubst du, Mann, oder? Wir arbeiten an der Cover. Unsere Gesichter sind geheim. Ich weiss, dass er nicht aussieht wie ein richtiger Killer. Hey. Ja, Mann. Nein, er ist wirklich ein Scharfschütz. Ich sage dir, das sind die Schlimmsten, Alter. Jetzt mach sofort dein Handy aus, du Packli. Ja, sorry, ich muss. Ciao. Bis morgen. Zweifellosen Verwandten vom Bärlauch. Unglaublich. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie mal drinnen schiffen müssen? Hä? Hey, Alter. Also ein Glamour-Job ist das ja nicht, oder? Da hat irgendjemand etwas von Glamour gesagt. Das ist keine Misswahl. Was wir hier machen, ist ein Dreckiger Job. Aber einer muss nicht. Ja, das Gleiche sah man ja von denen bei der Kirchtabfuhr. Jetzt los mal zu. Was ich hier mache, ist ein sehr schöner Beruf. Das braucht Opferbereitschaft und Idealismus. Ja, aber wenn Sie sich jetzt irgendwo bewerben müssten. Und die würden Ihren Lebenslauf leisen und dann würden Sie sie fragen, haben Sie schon mal einen verschossen? Dann müssten Sie sagen, nein, nicht mal in den Puls. Nein, das geht es aber nicht. Sag ich. Ja, ich meine, nein. Kein freies Schussfeld. Over. Merci. Was ist das? Antworten. Nichts. Gar nichts. Over jetzt. Und überhaupt? Will ich mich irgendwo bewerben? Wenn ich die ganze Zeit auf dem arschkalten Beton hängen müsse? Ich müsse pausen, los schiepfen. Kannst du mal aufhören vom Schiepferi? Respekt. Sie sind auf Facebook, Herr Janss. Wo bin ich? Mein Kollege hat Ihres Pig postet. Sehen Sie? Das sind Sie mit Ihren Knarren auf Facebook. Warte, deine Fahnen! Unsere Gesichter sollen doch geheim bleiben. Facebook geht das aber sehr schlecht. Jeder will, dass das alle meine Freunde liken. Und zweitens? Was zweitens? Erstens zweitens. Sie haben gesagt, erstens Geduld. Ja, ja, ja. Erstens braucht es Geduld und zweitens braucht es Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen. Ich habe massenhaft. Im Gamen kämpfen wir manchmal die ganze Nacht, ohne einmal auf die Scheisse zu gehen. Wann kommt endlich raus? Eben. Punkt eins. Geduld. Nur Geduld. Und dann ... Eingezierter Schuss. Durch einen Schuss. Durch einen Schuss? So lange warten für nur einen Schuss? Jetzt braucht es Ruhe. Viel innere Ruhe. Huren Sieg normal. Wie man sieht, die hat sie massenhaft. Geil normal. Was denn jetzt? Ihres Pig ist auf Twitter ein riesen Erfolg. Ja, da können Sie stolz sein, Chef. Nein, ehren Worte, Berl. Auch jetzt mit so einem verdammten Teenager auf der Hals und der Hand. Zeig meine Ablösung nicht hoch. Huren Sieg. Weisst du was? Die Flasche kommt immer an. Dann kommt mir so gut. Flasche! Uh-oh. Ich muss jetzt mal schon weg. Sonst gibt es eine Katastrophe. Was ist mit Regeln Nummer eins? Regelschmeiglfigurregel! Einsamer Wolf! Zuerung, werdet Ihr Foto! Ihr Fluss bereit! Und ich saue genau im Visier. Wir haben Schlussflugab! Schlussflugab auf die Bjekt! Einsamer Wolf! Einsamer Wolf! Beständigen! Jetzt nicht mal die Schnauze, Hans! Ich versuche hier zu ziehen! Schnauze! Krass! Äh, ja! Einsatz abbrechen! Huren Sieg! Kollateralschalte! Es ist ausgeschaltet! Also es gibt Abzug! Anima zurück in die Einsatzzentrale zum De-Breathing! Bin gespannt auf Ihren Rapportschatz! Over und out! So! Das ist nicht gut! Warum brechen jetzt alle ab? Sicher game over! Ah ja! Ah ja! Wieder mal ein Eis an zu ohne einen einzigen Schuss! Auch Ihre Chefin hat sie gesucht! Wer, der Hans? Nein! Ihre Schwester! Keine Angst! Ich habe sie entdeckt! Aber äh, tragen Sie den Rüffel einfach wie ein Mann! Chance! Merci! Ich denke schon! Du strahlst ja wie einen Eienkäfer! Hat Spass gemacht! Du bist Polizist, oder? Ja, das sehen wir dann auch noch! Ah ja! Ich meine, zuerst musst du stundenlang auf dem Arsch kalten Beton hängen! Sein Alkohol schiffe! Und dann wirst du vor deinem Chef noch zusammengeschissen! Huren Sieg! Chance! Ein voller Blattschoss! Gratuliere! Meine volle Achtung! Hut ab! Komm! Puh! 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 Sodeli! Eine Chance! Grüezi! Sie haben sich bei uns beworben und wollen unsere Cobra-Tram fahren, korrekt? Mhm! Puh! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018